Flo ist in den Sprachstädt geflogen. Wie er alleine mit sich redet. Schatz. 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 Du quatschst und quatschst. Warum bin ich ein Automat? Ich schwör. Wie er redet und redet. Du siehst den Lautsprecher die ganze Zeit. Ich hab nicht geredet. Nein, was denn sonst? Geschmackst du da? Alter. Alter. Zurück, zurück, zurück. Lauf, 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 lauf. Links rein vielleicht, oder rechts rein. Oder auch nicht. Nein, Katze gar nicht. Jetzt ist es Ende. Jetzt ist es weg. Jetzt ist es vorbei. Gibt es denn da zu lachen? Jetzt ist die Pflanze da. Okay, Tor. Okay. Okay. Ich hab auf jeden Fall eine Map gefunden für drei Spieler. Da ist ein Vierter dabei. Oh mein Gott. So, den fick ich mal Hans-Maria gemacht. Mach mich auf den Scheiß. Das hört sich ja schon so. Aber wie jetzt? Boah. Golemel. Geisterhaus. Mach Halloween. Los. Halloween. 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 Das ist Halloween. Ja, du spielst die nächste Runde nicht mit, du blöder Affe, Alter. Ja, dann müssen wir uns beeilen. Ja, jetzt springt aber nicht sofort rein. Ich mach den Code jetzt rein, dann geh ich auf Toilette und dann springen wir. Nein. Du spielst nicht mit. Ab jetzt. Geh weg. Schatz. Das ist eh nur für drei Spieler. Soll er doch zuerst rein spielen. Verpasst dich, weg, wir wollen dich hier nicht haben. Geh weg. Hau ab. Weg. Ja. Ja, ich glaub so auch. Ja, geh mal tschüss. Oh mein Gott, du fühlst dich gut. Ja, du bist ein Loser. Ja, du bist ein Loser. Spine Pig, Spider Pig. Was denn? Was denn? Was war denn? Stein hat sich bewegt, denn die geht erstmal zurück. Okay. Tatsächlich. Ey, die fette Augen haben wir ja nicht hoch. Ey. Die Schnauze, wie so. Ey, oh komm, ihr Scheiße. Enger geht's nicht hier, oder? Hör aufwändig, ich kack mich gleich ein. Ey, Mann, was ist denn da für ein Rotz hier? Ja. Oh, ich kann nicht mehr. Kann ich sagen, kann ich da noch? Was war denn das für ein Scheiß? Ja, natürlich ist da doch ein Brett, das sind da. Das ist ein paar Aachen. Das ist ein Fragezeug, siehst du? Jetzt springen wir da drauf und dann... Hab ich doch gerade hier? Ja. Ah ja. Wieso? Ja, genau. Das liegt ja gleich bestimmt wieder runter. Oh! Hör auf jetzt! Nein, Mann! Ich darf nicht so laut lachen, das krieg ich wieder Ärger von meinen Eltern. Ich muss mich voll zusammenreißen, ey. Och, Mann. Ich hab nicht mehr lange Zeit. Ich hab nicht mehr lange Zeit. Ich will hier gleich auch mal spielen, die Map. Ey, schade, dass das nur Solo ist, ey. Ach, schade. Wie so ein Beklopter. Hä? Mein Biggie ist voll riesig. Ach du Scheiße. Schmau, du fette Schwein! Besser euch, Alter. Von meiner Gegend, Alter. Meine Hutte! Meine Hutte! Ich kann nie mehr. Die Scheiß-Banane, ey. Wieso haben die bei mir alle keine Haare, Alter? Ja, ich weiß auch nicht, was das für ein Bug ist, Alter. Das ist, glaube ich, nicht normal. So wie auch nicht. Ja, woher sollte ich denn wissen, dass das Alter ist? Nein! Wer bringt's? Dennoch, du Männer! Er rennt da rein fürs Rollen. So richtig schlecht. So ein Sack-Timmer. Was war das denn jetzt? Was war das denn jetzt? Lass mich jetzt noch einen. Oder ich fliege. Du Wolltso, du bist der Wolltso! Ich geb dir 170! Ich hab drei Leute genug! Und da kommt deine! Der ist, der der Zielgabe ist! Hattest du nur ein bisschen lauter schreit, hab dich nicht verstanden. Was willst du? Ich schmeiß dich jetzt ins Wasser, Alter. So, mein Freund. Hast du schon mal gesehen, wie man richtig schwimmt? Ja? Joa! Bam! Oh, der hat Blut drinnen! Aber Hilfe! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Scheiße! Ich hab das genau neben mir! Wie scheiße mach ich denn jetzt? Ah! Oh mein Gott! Digi! Hilfe! Soll ich einfach mein Laserspil mal rausholen? Nein!